Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wir gucken so lange auf einen Melonenstempen bis er wächst Wir machen das jetzt heute die 20 Minuten einfach durchgehend Alter, ich stehe ja schon seit Minuten und das blöde Ding wächst und wächst nicht Es geht mir langsam auf die Nerven Aber ist okay, wir lassen das jetzt in Ruhe Und bauen da mal was hin Und da auch Weißt, wenigstens das Gras wächst Das ist erst wenig im Stich Mann, brauchst du nur eine Kack-Melone Also unfassbar Okay, wir gehen erst mal schlafen Vielleicht Sieht morgen die Welt ja schon ganz anders aus Das wäre schön Geh doch einfach nur eine Kack-Melone Geh doch einfach diese Kack-Melone Na gut Das sind die Freunden des Minecrafts Nur da Ewigkeiten auf ein Kack-Ding wartest So Aber wenigstens haben wir unsere Häuser ein bisschen hübscher gemacht Das ist ja schon mal was Da, guck Okay Es fehlen noch ganz, ganz viele untere Stempen Aber ich hab keine Ahnung wo Genau überall Da nicht mehr Da aber noch So, wir fangen jetzt Safe-Call mit irgendwas anderem an Zu machen Und vergessen dann die Melone da Und wundern uns dann in, keine Ahnung Zehn Folgen Warum zum Fick ist da eine Melone Aber ne, ich würde wirklich gerne Ähm Bounty, ja Ähm Wie heißt dieses Botpack Bounty ist es nicht Wie heißt es denn Botalia Ich wusste irgendwas mit B Schade, dass es nicht Bounty heißt Okay Ähm Jo Genau Wir wollen nämlich Lapis machen Ich hab aber auch So, warte mal Man kann ja Diamonds Kompletter Bruch Moment Und das ist alles nicht meine Ne Jetzt hat alles seinen Sinn So Wir wollten ja Diamanten herstellen So Genau Bei diesem Kompressor Wir haben das ja schon mal gemacht In dem anderen Biom Das war nicht so ein Diamond Das ist genau Das war der Industrial Diamond Den wir da gemacht haben Weil Hoppala Weil Ich habe gerade Aufgestoßen Ihr habt es richtig gehört Ähm Man kann den ja Nicht mehr im Prüfer Reisen mitbinden Okay Ich musste noch mal nachgucken Wie gesagt Wir haben das schon mal gemacht Aber halt Im Stream Das war schon das Ne Ja Ja Habe ich das schon mal gemacht Ich weiß aber nicht Ob ich es komplett Automatisieren kann Das ist halt jetzt die Frage Weil Dann macht man das tatsächlich Auch unten in den Keller rein Wo die ganzen Sachen wachsen Genau Das ist die kleine Maschinerie hier Weil ich meine Ja genau Hier kommt Kohle rein Dann wird die pulverisiert Dann wird die Ah Dafür brauche ich auch Flint Dann kommt da Der komische Ball rein Dann wird der Compacted Und dann Mache ich auch Bricks dafür Dann kommt das hier Und dann kommt das Wieder ein Compactor Und dann müssten Diamanten Rauskommen Easy Ja Voll easy Okay Ich brauche Ach du Scheiße Ich brauche kurz Notiztetel Notiztetel Da haben wir Also ich brauche Eine Maus Dankeschön Eine Kiste mit Pole Und dann brauche ich Ein Pulverizer Für Pole Dust Dann brauche ich Eine Working Bench Mit Cold Dust Und Flint Dann brauche ich Ein Kompressor Ähm Genau das geht ja dann Cold Dust Und Flint Dann brauche ich Ein Kompressor Ähm Kompaktor Nicht Kompressor Komp Komp Kompaktor Und da brauche ich Dann eben Dann brauche ich Nochmal die Ähm Working Bench Mit Compacted Cold Dust Flint Kack Ich habe das genauso Hingeschrieben Und Bricks Und Dann brauche ich Nochmal den Kompaktor Und dann Mal Diamanten Easy peasy Mehr ist es ja nicht Ne Ei 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 Kohle kann man nicht Automat Kohle kann man nicht Herstellen Oder Aus Asche Bum 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 Ja bei Natürlich bei Wir müssen Irgendwann mal Diesen Carpenter Machen Hm Wider Skellern Droppen die Gehen Chests Natürlich Die Ashes Na ja Guck mal Ja Ne Kohle Müssen wir einfach So reinpacken Das ist Traurig Das macht Mich Traurig Wir gehen Wir gehen zurück Nach hause Wir brauchen Aber Wie sieht es Eigentlich Mit unseren Solarpanels Aus Und ich habe Letzte Aufnahme Noch gedacht Oh mein Gott Ich habe nichts mehr zu tun In Minecraft Scheiße Was mache ich denn Jetzt noch Ich habe nichts mehr zu tun Ich muss endlich Scootife fertig machen Oh Gott Ich habe nichts mehr zu tun Ja Ich bin vorbeigelaufen Kann das sein Ja Ich habe noch voll viel zu tun Aber Moment Hier geht es rein Hatten wir da nicht Sieben Hatte ich da nicht Ah Ja Lapis Wir brauchen Lapis Stimmt Das ist der Grund Warum wir den ganzen Mist hier gerade machen Ich brauche Lapis Ja gut Ähm Wissen wir das auch Ne Geiler Scheiß Ich bin so dumm Manchmal Alter Alter Okay Oh Gott Bin ich gerade erschrocken Dankeschön an Wer war das denn jetzt Moment Ich muss da kurz gucken Alter Bin ich jetzt erschrocken Toffel83 Vielen vielen Dank Für dein Follow Herzlich Willkommen Bei Minecraft Let's Play Holy shit Alter Du kannst mir doch nicht Einfach während Bei einer Minecraft Aufnahme folgen Auf Twitch Also zur Erklärung Das war gerade Mein Twitch Alert Wenn ein Follower Reinkommt Puh Da wird man wach So Vielleicht guckt er sogar Minecraft Auf YouTube Das könnte auch sein Das wäre eine geile Scheiße Okay Ich brauche Äh Photovoltaik Den Booms Brauche ich hier Da guckermal 28 Schau mal Scheiße Komposite Komposite Muss das ja unten brennen Ganz vergessen Ich bin jetzt Wacher als ich sein wollte Wenn du damit Rechnest du dich In Minecraft Ich bin schon wieder Daran vorbeigelaufen Ey Ich sollte weniger reden Das ist eine gute Idee Im Let's Play So Jetzt aber So Alles klar Ähm Das heißt Vielleicht können wir aber Schon mal wieder Zwei machen Weil ich meine Wir haben sieben Stück Vorhin rausgebracht Fuck you Achso Ne Ich will Ich will Ich will Ich will Warte wirklich Darkfuse Quartz dafür So eine Scheiße Okay warte Wacht's Hab ich noch vier Stück Jawohl Brauche ich dafür Nicht einfach Ne Das war einfach nur Quartz mit Alter Muss ich jetzt echt Alles einzeln durchgehen Danke Fuse Quartz mit Black Dye Okay Fuse Quartz Haben wir da Irgendwie Black Wir haben Black Dye What Holy shit War aber Hab ich sowas Ja gut Wir spielen das schon Eine Weile Es kann gut sein Dass wir sowas Schon länger haben Aber Ich bin immer Und wieder Überrascht Wie viel Ach du Wie viel Zeug Ich hab Und jetzt Hab ich zu viel Zeug Da Black Dye Und zack Eins Zwei Drei Perfekt Haben wir wieder drei Müsst vielleicht mal ein bisschen was Wieder ins E-System packen Ich glaub das wär mal ganz praktisch So Ähm Duster zum Beispiel Duster und Duster So Nochmal Ah kack jetzt Oh Jetzt geht das los Stimmt das hab ich nicht mehr Ah Okay Dann sollen's nur zwei sein Aber hey Immerhin wieder zwei Stück Wir kommen dem Ganzen Ein bisschen näher Wie viel brauch ich nochmal 32 oder so Ne Eins Zwei Drei Drei Sechs Neun Zwölf Fünfzehn Achtzehn Neinundzwanzig Vierundzwanzig Siebenundzwanzig Drei Dreiunddreißig Siebenunddreißig Hm Eigentlich sollte Oh wie schön Eigentlich sollte es schon reichen Eigentlich Weil wir brauchen natürlich für den ganzen anderen Quatsch auch noch Energie Das ist es halt Ah Wir brauchen noch so viel Energie So viel Und ich Will nicht noch mehr Energie machen Doch eigentlich will ich schon Ich mag Energiesachen nicht Jammer nur recht gerne Aber auf alle Fälle Wisst ihr was wir jetzt machen Guck mal was wolle Hupala Wir Schalten die Energie da unten nicht Wieder an Weil ich kein Kabel dabei hab Verdammt So Energy Danke Können sie auch direkt den richtigen Slot setzen Wir schalten die nochmal an Ich könnte auch einfach immer Ah da gucken wir mal doch Die läuft ja Da habe ich jetzt zwar minus von 17.000 Aber sie läuft Aber die füllt sich ja auch Das ist richtig geil Zack Nein es geht da auch der Output runter Ja komm nur noch 16k Easy Na guck mal Kriegen wir doch einiges Und wir brauchen halt wirklich auch Cobblestone Aber um Lapis zu generieren Brauchen wir Cobblestone Also brauchen wir nicht Cobblestone Sondern brauchen wir Stone Können wir eigentlich Geben wir mal Cobblestone 8200 Pff das ist ja lächerlich Können wir eigentlich Wenn wir den in den Alloys Melter packen Dann nochmal einen Stone rausnehmen Macht das nochmal einen Stein Yes Das ist ja geiler Scheiß Du ich packe da eine Kiste daneben Achso ne ich habe ja kein Output Das ist traurig Ich packe da zwei Kisten daneben Ich packe da zwei Kisten daneben Ich habe ja noch 15 Kisten oder so Easy Ich packe erstmal 30.000 Steine in diese Kisten Wir machen wieder komplett anderes Als ich eigentlich machen wollte So Dann kann man noch Ein bisschen Cobblestone Mitten im 1, 2 Mal guck Weil ich meine Wir brauchen gar kein Ding dafür So Konfiguration Hier ist nämlich Pull Push Ja genau So und wenn ich hier jetzt Cobblestone reinpacke Dann muss ich das eigentlich rausziehen Ja Das geht auch rein Ich liebe es manchmal wie einfach Sachen sind Ah wie schön ne Wir können direkt den Cobblestone von da nehmen Muss ich nicht so weit laufen Ich meine da ist auch genug drin Und zack hier rein Cobblestone wird das nämlich irgendwann noch Die Kiste zu müllen Das kann ich euch jetzt schon sagen Zack zack Da ist auch noch eins Aber erstmal reicht das Ja wir kriegen auch endlich wieder Netherquards Das ist so toll Es ist so toll Dann können wir hier nochmal mit Cobblestone Ich packe nur kurz die Kiste voll Und dann Was das Kiste 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 Und dann schauen wir nochmal nach der Melone Ob die gewachsen ist Und wir lassen wirklich mal Oh jojo das ist schon zur Hälfte leer Es geht schnell Ja gut Wenn man 16.000 Verlust macht Ist klar dass es schnell geht Ähm Cobblestone Aber dafür kriegen wir auch richtig viel Wir haben auch noch ein paar Platten Also es könnte noch Könnte noch eine Weile reichen Theoretisch Weil ich könnte auch ein paar Sachen Im E-System packen Aber ich weiß nicht Ob ich die nochmal brauche Weil ich glaube Das Holzquatsch brauche ich nicht mehr Das Holzquatsch Den Sand brauche ich glaube ich noch Das war jetzt glaube ich Quatsch Eins, zwei Ähm Machen wir den Sand wieder weg Und brauchen einen Kobbel So jetzt weiß ich nicht Ob ich die Den Den Hals nicht ein bisschen zu voll genommen habe Und jetzt die Kiste schon voll ist Aber ich meine nicht Am Kopfhörern ist übrigens die Musik wahnsinnig laut Ich hoffe bei euch ist sie nicht so laut Ich hoffe ich bin bei euch einfach lauter So Zack Okay Eins, zwei, drei, vier Fünf Dürfte ich? Dürfte ich? Oh Ich fliege Jack Ich fliege Drei, drei, vier Fünf Alter Schwede Wir brauchen dringend mehr Energie So Zack 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 Davide ist durchgrast hier Sehr schön Das sind 13.000 Items Ja Uran kriegen wir halt auch so viel Ist halt der Wahnsinn Aber hauptsächlich Cobblestone Wir schauen jetzt nochmal nach dem Kippus Ich habe irgendwie so Angst vor Die Energie da leer laufen zu lassen Jetzt auf einmal funktioniert das komplette System nicht mehr Alles broken Halt Ich muss gar nicht so weit Ja Meine Güte Endlich Nein Oh Dankeschön Hat auch nur ungefähr 30 Jahre jetzt gedauert Okay Was wollten wir damit denn jetzt machen? Äh Lapis Lazuli Genau Rune of Pride Ne Rune of Summer Rune of Fire Wollte ich glaube Ne Rune of Fire hatte ich schon Okay Jetzt habe ich einen Stone gemacht Das war Quatsch Rune of Pride Summer Genau für einen Summer Earth Air Sun Ding Und Earth 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 Sand Und Ding Earth Air Äh Äh Earth Air Sand Melone Warte Melone Und der Slimeball Ne Jawohl Und die Worn brauche ich dann noch Puh Achso Ne Halt Ich brauche erst den Ja stimmt da war was Habe ich denn Ich habe keine Kohle dabei Das ist schlecht Ich habe keine Hoffnung Von der Slimeball und der Slimeball Ich habe die Schreie Tolle Ich habe die